Die Erlösung der Jeevas Chaitanya Charita Amrita Antjalila 3.66-84 3.66-90 Mahabrabhu, viele Jeevas sind auf Erden, in Tieren und Bäumen und so weiter. Wie sollen sie wohl frei werden? Haridas sagte, Brabu, durch deine Gnade sind die Jeevas im Unbeweglichen und Beweglichen schon erlöst worden. Als du mit lauter Stimme Sankirtan tatest, haben die Jeevas in Bäumen und in Tieren es doch gehört. Und solches Hören heißt dahinschwinden der Wandelwelt, Samsara. In der ganzen Welt erfolgt lautes Sankirtan. Das hören sie, die Jeevas, und erfüllt von Bremer, tanzt Stein, Baum und Tier. Vasudeva Data war bereit, sich um der Jeevas Willen aufzuopfern. Und du bestätigst es, die Erlösung der Jeevas. Du bist Avatar, um die Welt zu erlösen. Und du hast das, vor allem Baktas, im Gespräch mit Vasudeva Data bestätigt. Du verursachst die Verbreitung von lautem Sankirtan. Und du zerschlägst die Wandelwelt für alle Jeevas im Unbeweglichen und im Beweglichen. Wenn alle Jeevas befreit werden, dann wird doch dieses ganze Weltall ohne Lebewesen sein. Haridas sagte, solange du in der Welt bist, gibst du allen Unbeweglichen und Beweglichen Jeevas Befreiung, in Klammer Mukti, und schickst sie nach Vaikuntha. Jedoch gibt es auch Jeevas, die noch keinen grobsinnlichen Leib haben. Deren ruhender Keim des Karma, in Klammer gebildet aus den Auswirkungen früherer Begierden und Taten, wird aufgeweckt werden. Und diese noch ungeborenen Jeevas werden Bäume, Steine, Tiere und so weiter werden. Und das Weltall genauso wie früher erfüllen. So wie Ragonat Rama am Ende seiner Lila auf Erden alle Jeevas des Reiches Ayodja nach Vaikuntha brachte und andere Jeevas das Reich Ayodja auf Erden von Neuem erfüllten. Du bist Avatar geworden und hast einen solchen Markt von verschiedenen Formen der Lösung ausgebreitet. Niemand vermag den verborgenen Sinn deines Spiels zu erfassen. Auch als vor dem Krishna in Vraj Avatar wurde, zerschlug er die Wandelwelt aller Jeevas im Universum. Im Bhagavatam spricht Shukka zu Pariksit. Das braucht dich keineswegs in Erstaunen zu versetzen, dass durch ihn dieses ganze Weltall Befreiung erlangt. Ist er doch Bhagavan, der Ungeborene, der Herr all derer, die Yogakraft haben. Krishna in Klammer Bhagavatam 10.29.16 Prabhu ist erstaunt. Haridas, woher weißt du meine verborgene Lila? Er freute sich, umarmte ihn und verbot ihm, zu anderen davon zu sprechen. In Klammer, dass er als Avatar durch Kirtan alle erlöst.